Kann ja von mir aus auch ein bisschen so auf die Fahrbahn looken, aber das ist ja durchaus machbar, also das kann man ja, kann man ja vertreten. Wow, was für ein Baum. Der kann hier hin. Okay. Na okay. Wie gesagt, hier, das lass ich erstmal frei, das wird wahrscheinlich noch hier später rumgezogen. Und zwar sowas in der Art. Dann können wir schnell hier weitermachen. Zack, 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 zack. So, dann haben wir auch eine Abtrennung dafür. Eigentlich gut, dass man keine... Ja, ein Schiff 1 erforderte gerade Notabschaltung. Schade. Dass man keine, 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 keine Gärtner mehr braucht. Bei Rollercoaster Tycoon 1 brauchte man ja noch... Noch welche, wie viel, äh, Personal haben wir jetzt gerade eigentlich, Technikpersonal. Geht zu Beschädigter. Touch me down. Mach mal hinne. Meine Güte, was heute mit mir los ist, ne? Tut mir echt leid, aber irgendwie ist das gerade komisch hier, so am Hals. So, ein paar Lampen brauchen wir da auf jeden Fall. Das haben wir gerade gemerkt. Es ist viel zu dunkel, ey. Es ist ja so dunkel wie im Rattenarsch. Deswegen ein paar Piratenpalmen. Nein, Piratenpalmen. Ein paar Piratenwegen, Lampen, Lampen. So. Junge. Hör mir mal auf zu laggen. So. Da haben wir ein paar. Da haben wir hier auch noch ein paar hin. Passt ganz gut. Zirkawatte wurde, ist ausgefallen. Das Piratenschiff ist repariert. Da waren aber scheinbar eine ganze Menge Gäste drin. Ähm. Wir haben hier noch gar keinen Eingang, Ausgang, was auch immer. Dann ist ja kein Wunder. Dass die Leute hier noch gar nicht mitfahren können. Na. Lass mich in Ruhe. Hier kommen auf jeden Fall die Holzplanken. Zum Einsatz. Und. Wo haben wir das denn? Haben wir den hier? Yep. Den haben wir hier. Zack, zack. Böö. Warum ist hier gar kein Anschluss? Das ist aber merkwürdig. Gott. Funktioniert der Ausgang denn überhaupt? Kommen die da überhaupt drüber? Ach. Weißt du warum? So. Jetzt. Oh, guck mal. Eine ganze Meute kommt hier. Perfekt. Na, es läuft doch. Es läuft doch. Das ist doch wunderbar. So lobe ich mir das. Also, da haben wir eine ganze Fracht in den neuen Park transportiert. Das ist doch perfekt. So muss das sein. Und wir reißen auf jeden Fall erstmal nochmal Werbung hier. Zack. Und zwar vollkommen voll hier. Bams. 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 Und natürlich auch Tickets für freien Eintritt. Den können wir auch mal rausbringen. Und wir können den auch mal ein bisschen runtersetzen. So. Das sieht mir schon mal recht bunt aus. Wir müssen hier echt noch was füllen. Oder wir machen das enger. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. So. Dann machen wir das ein bisschen enger hier. Wo sind denn meine? Was sind meine Hecke? Hecke, 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 Hecke. Da. Nein. Doch, hier. Machen wir das so hier. Ist das die richtige Hecke? Sieht doch immer so anders aus. Ne. Ist eine Abenteuerhecke. Wer braucht denn sowas? Weg mit Tisch. Da. Oh, da war sie. Da war sie, da war sie. So, dann sieht das da nämlich nicht so leer aus. Müssen wir das hier noch ein bisschen füllen, aber... Ob das ist machbar? So. Ein paar Apfelbäume. Dann könnten wir hier rein theoretisch noch zum Bauern platzieren. Eigentlich könnten wir hier alle, äh, äh, alle Teile da mal reinpacken. Haie aufgerüst. Hier ist der Königin. Können wir hier nochmal reinpacken. Hier ist der König. Pflanzen wir da auch nochmal hin. Und nebenbei... Und nebenbei... Zwei Karamellbäume. Zwei Karamellbäume. Quark, 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 quark. Ente, ente, ente. Nein, ich wollte nicht die Hecke abweißen. Ich wollte nur ausprobieren. Rumbasteln. Passen. Passen. So. Okay. Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Hier müssen wir noch irgendwas hinpflanzen. Hier könnte man noch was füllen. Aber es soll ja auch nicht zu überladen aussehen. Finde ich zumindest. Finde ich zumindest. Bonja Baum. Instant Wood. Wir könnten hier noch ein bisschen... So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Wenn das gerade Adventure-Zeug war. Können wir hier noch so ein bisschen... die Dinger verteilen. Dann sieht das zumindest ein bisschen... gefühlter aus. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Also musst du echt aufpassen, dass du das... von allen Seiten betrachtest, ne? Na? Kommst du mir? Die schweben ja hier. Gibt Bäume. Wo war das? Hier in Instant Wood. Ein bisschen weiter runter. Sag mal, jetzt lässt doch mal Tag. Jetzt lasst es einfach mal Tag sein. Hier können wir noch... mit dem Baum hinpflanzen. So. Souvenirs 1 ist ausgefallen. Oh no! Hier Souvenirs... Wie kann eigentlich so ein Laden ausfallen? Da dann kein Strom mehr... Oder was ist da los? Oder wie? Oder was? Ich pflanze jetzt einfach noch mal ein paar Bäume, damit das hier ein bisschen... gefüllter aussieht. Ein paar Büsche. Du schwebst schon wieder. So. Oh. Oh nein. Oh, jetzt habe ich einen Blick. Oh nein. So. 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 Hier können wir eigentlich auch noch ein, zwei Bäumchen... hinpacken. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Auch wenn die Bäume relativ gleich aussehen, gefällt mir das ganz gut. Ich meine, das ist ja eigentlich auch natürlich. Ist ja jetzt nicht so, dass jeder Baum... auf Entfernung, äh... absolut anders aussieht. Aber warum fallen denn hier gerade rein, weil sie die Geschäfte aus... ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja gerade nicht. so und dann pflanzen wir hier noch ein bisschen... so und dann pflanzen wir hier noch ein bisschen... Boja-Scha, Boja-Kascha... da kommen ein paar hin. Was könnten wir denn hier noch? Wir painten jetzt erst mal hier noch ein bisschen die Textur weiter. Textur... diese... Zack... Du fährst ja auch über diese Textur... Wutsch, 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 wutsch... Ist der wieder schön gefüllt? Ne, der ist leer. Nahezu. Aber guckt euch das mal an, was da gerade rauskam an Leute. Äh, Leute, ihr lauft falsch. Was zur Hölle tut ihr da? Oh, was? Ach, komm. Was tut ihr denn da? Ihr habt so doch nicht mehr alle. Oh, komm, wir retten sie mal. So, womit hebe ich dich nochmal auf hier? Du Person. Womit hebe ich dich auf hier? Nicht ertrinken. Ach, das ist doch scheiße. Das hasse ich an ihm. Ja, ich find's ja schön, dass es dreidimensional ist und so, aber guckt euch mal an, was sich da schon wieder staut, ne? Okay, dann müssen wir das anders machen. Wenn das so nicht funktioniert, muss das Ding hier lang, so. Und das Teil machen wir mal so. Das ist komplett behindert, dass wir das so machen müssen, aber hilft da nichts. Wo schwimmt ihr eigentlich hin? Ihr seid doch echt verrückt. Da. Und jetzt läuft endlich mal richtig, Mensch. Du auch. Kann ich keine Todesfälle im Park gebrauchen. Stimmt da grad noch irgendjemand? Nein. Ist auch du da. Was macht ihr hier? Wartet auf Gruppe? Warte woanders auf die Gruppe. Oh, kommt da eine Masse rein, ist das schön. Na, stellt euch mal alle hier an. Ach, dieser 3D-Editor hier. Das ist doch eine wahre Wonne. Eine wahre Freude, wie der funktioniert. Ja, ja, ja. Naja, was soll's. Kann ich jetzt nicht ändern. Genau, fegt das weg. Kabust. Also, die gehen da rein. Wie ist die Schlange hier? Ist ja auch nicht so berauschend, wa? So, was bauen wir denn hier noch hin? Was bauen wir denn hier noch hin? Bauen wir hier noch irgendwas hin? Lassen wir das, machen wir das Setting noch ein bisschen weiter. Wir können ja hier noch ein bisschen weiter gehen. Dann müssten wir halt nur hier noch eine kleine Brücke bauen. Oder wir bauen halt da drüber. Das wäre ja auch möglich. Aber erstmal muss ich mir kurz die Nase putzen und einmal auf Toilette. Und wir sehen uns im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme von Let's Play Rollercoaster Tiger 3. Bis gleich, ciao.